Hey, oh Peter, gut, dass ich dich sehe. Kannst du mir mal die Telefonnummer von Gabi geben? Ich habe mein Handy heute abgedatet und irgendwie sind da alle meine Nummern weg. Oh, blöd. Ich habe heute meins daheim liegen gelassen. Ach nein. Aber das macht gar nichts. Ich weiß zufällig die Nummer von Gabi auswendig. Oh, cool. Also ich merke mir keine Einzige. Ich mir dafür alle. Also pass auf. 0661 32 16 8. Angeber. Ja, sich Telefonnummern zu merken ist tatsächlich schon sehr selten geworden. Dom hat Glück gehabt, dass Peter ein gutes Gedächtnis hat. Was hat Peter hier nun eigentlich gemacht? Im Grunde einer Telefonnummer eine Person zugeordnet. Beziehungsweise etwas mathematischer ausgedrückt, eine Telefonnummer auf eine Person abgebildet. Da Peter behauptet, alle Telefonnummern seiner Kontakte auswendig zu wissen, hat er aus der Menge aller seiner Telefonnummern jene Nummer ausgewählt, die seinem Kontakt Gabi zugeordnet ist. Er führte mit einer Abbildungsvorschrift durch. Oder anders gesagt, er ordnet jedem Element aus der Menge seiner Telefonnummern ein Element aus der Menge seiner Kontakte zu. So etwas nennt man Funktion. Die Funktion, nennen wir sie Peters Gedächtnis. Oder kurz klein p, stellt also einen Zusammenhang zwischen der Menge der Telefonnummern oder kurz Definitionsmenge T und der Menge der Kontakte oder kurz Werte oder Zielmenge K her. Die Funktion schreibt man also wie folgt. Klein p ist eine Zuordnung der Menge Groß T auf die Menge Groß K. Der Zusammenhang selbst wird in der Abbildungs- bzw. Zuordnungsvorschrift festgelegt. Jedem Element der Menge Groß T, angeschrieben mit Klein t, wird ein Element der Menge Groß K, angeschrieben mit Klein k zugeordnet. Die Zuordnungsvorschrift lautet also. Klein t wird auf Klein k zugeordnet, bzw. als Funktionsgleichung angeschrieben. Klein p von Klein t ist gleich Klein k. Allgemein werden Funktionen und Elemente immer mit einem Kleinbuchstaben und Mengen mit einem Großbuchstaben bezeichnet, wie bereits im Modul Mengen erörtert. Wichtig hierbei ist, dass die Zuordnung eindeutig ist, also jedem Element Klein t aus der Menge Groß T genau ein Element Klein k aus der Menge Groß K zugeordnet wird. Im Fall von Telefonnummern ist dies selbstverständlich, da ja eine Telefonnummer nur an genau eine Person vergeben werden kann. Ja, zum Glück sind Telefonnummern eindeutig personal zugeordnet. Man stelle sich mal vor, es wäre nicht so. Man wüsste bei jedem Anruf vorher nicht, wer bei einer und derselben Nummer abhebt. So eine theoretische Zuordnung wäre keine Funktion. Sollte es auch der Fall sein, dass jeder Kontakt nur maximal eine Telefonnummer hat, dann ist die Funktion Peters Gedächtnis injektiv. Oder anders gesagt, jede Telefonnummer ist einem anderen Kontakt zugeordnet. Eine Zuordnung von Telefonnummern muss allerdings nicht unbedingt injektiv sein. Es wäre durchaus möglich, dass mehrere Telefonnummern ein und derselben Person zugeordnet werden. Zum Beispiel, wenn eine Person eine private und eine geschäftliche Telefonnummer besitzt. Allgemein gesprochen heißt injektiv, eine Funktion f mit der Abbildungsvorschrift a nach b heißt injektiv, wenn jedes Element Klein a aus der Menge Groß a einem individuellen Funktionswert f von Klein a zugeordnet wird. Dies kann man auch wie folgt ausdrücken. Sind Klein a1 und Klein a2 ungleiche Elemente aus der Menge Groß a, so sind auch deren Funktionswerte f von Klein a1 und f von Klein a2 nicht gleich. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Funktionen ist die Surjektivität. Eine Funktion f von a nach b heißt surjektiv, wenn für jedes Element Klein b aus der Menge Groß b ein Element Klein a aus der Menge Groß a existiert, so dass f von a ist b gilt. Anders ausgedrückt. Auf jedes Element der Menge Groß b wird mindestens ein Element der Menge Groß a abgebildet. Oder kurz, jedes Element der Wertemenge Groß b wird getroffen. Wichtig hierbei ist also, dass dies für alle Elemente aus der Menge Groß b gilt. Es müsste also, wie hier, zu jedem Kontakt in Peters Telefonliste zumindest eine Telefonnummer eingetragen sein. Dies muss aber nicht zwangsläufig gegeben sein. So kann es durchaus vorkommen, dass ein Kontakt keine Telefonnummer hat, jedoch aber zum Beispiel einem anderen Account zugeordnet ist. Die Kontaktmöglichkeiten sind ja heutzutage sehr vielfältig. Die Surjektivität einer Funktion hängt also stark von der Menge Groß b ab. Man kann jedoch aus jeder Funktion eine surjektive Funktion machen, indem man die Menge Groß b geeignet verkleinert. Würde Peter alle Kontakte ohne Telefonnummern löschen, dann wäre seine Abbildungsvorschrift auch surjektiv. Dies wollen wir ihm aber nicht antun. Da Injektivität und Surjektivität solch tolle Eigenschaften sind, haben Funktionen, die beide Eigenschaften besitzen, eine besondere Bezeichnung verdient. Eine Funktion, welche die zwei Eigenschaften Injektivität und Surjektivität besitzt, wird bijektive Funktion genannt. Ist eine Funktion bijektiv, so funktioniert sie quasi in beide Richtungen. Oder anders gesagt, ist eine Funktion f von Groß a nach Groß b bijektiv, so existiert ihre Umkehrfunktion f hoch minus 1 von Groß b nach Groß a. Diese Umkehrfunktion f hoch minus 1 kehrt die Wirkung der Funktion f um. Es gilt also f hoch minus 1 von in Klammer f von klein a ist gleich a für alle klein a aus Groß a und f von in Klammer f hoch minus 1 von klein b ist gleich b für alle klein b aus Groß b. Dies klingt nun sehr theoretisch, aber auf Peters Kontaktliste bezogen würde dies nur bedeuten, dass man nicht nur jede Telefonnummer zu einem einzigen Kontakt zuordnen kann, sondern auch, dass jeder Kontakt genau zu einer Nummer eindeutig zuordnbar ist. Nun, in Wirklichkeit ist eine Kontaktliste jedoch meist nicht bijektiv, da es einerseits Kontakte geben wird, die mehr als eine Telefonnummer haben und andererseits wird es auch solche ohne Telefonnummern geben. Fassen wir also nochmals zusammen. Eine Funktion f von a nach b ist eine Abbildungsvorschrift, die jedem Element der Menge a ein eindeutiges Element der Menge b zuordnet. Die Menge a bezeichnet man als Definitionsmenge. Die Menge b bezeichnet man als Wertemenge. Gibt es keine eindeutige Zuordnung, so wie in der Grafik rechts, spricht man nicht mehr von einer Funktion. Hier sind dem Element a2 zwei Elemente der Menge b zugeordnet. Dies ist nicht zulässig für Funktionen. In Peters Kontaktliste würde der rechte Fall bedeuten, dass eine Telefonnummer zwei verschiedenen Personen zugeordnet sein würde. Nun, dies ist ja offensichtlich nicht möglich. Eine Funktion f von a nach b heißt injektiv, wenn jedes Element aus a einen individuellen Funktionswert aus der Menge b besitzt. Die rechte Grafik ist zwar eine Funktion, aber keine Injektive, dass sowohl das Element klein a2 als auch klein a3 demselben Element der Menge groß b, nämlich klein b3, zugeordnet ist. Oder anders ausgedrückt, jedes Element der Menge groß b wird entweder einem oder keinem Element der Menge groß a zugeordnet, jedenfalls aber nicht zwei oder mehreren. In Peters Kontaktliste wiederum würde der rechte Fall bedeuten, dass zwei Telefonnummern einer Person zugeordnet werden. Dies ist durchaus möglich. Eine Funktion f von a nach b heißt surjektiv, wenn jedes Element der Menge groß b getroffen wird. Das Beispiel rechts ist zwar wiederum eine Funktion, aber keine surjektive, da das Element klein b2 der Menge b von keinem Element klein a der Menge groß a getroffen, also zugeordnet wird. In Peters Kontaktliste würde der rechte Fall bedeuten, dass eine Person keine Telefonnummer eingetragen hat. Auch dies ist im Bereich des Möglichen. Eine Funktion f von a nach b heißt bijektiv, wenn sie injektiv und surjektiv ist. Mit anderen Worten, ist eine Funktion bijektiv, so ist die Anzahl der Elemente der Menge groß a gleich groß der Anzahl der Elemente der Menge groß b. Alle Elemente haben genau eine Zuordnung. Kein Element bleibt übrig oder wird mehrfach zugeordnet. In Peters Kontaktliste würde dies bedeuten, dass jede Telefonnummer genau einer Person und jede Person genau einer Telefonnummer zugeordnet ist. Wie wir bereits aus dem Modul Mengenlehre wissen, können Mengen endlich oder unendlich sein. Funktionen, die auf Mengen mit einer endlichen Anzahl an Elementen definiert sind, können eindeutig durch eine Wertetabelle dargestellt werden. So häufig aber sind Funktionen, auf unendliche Mengen definiert. Das heißt, die Anzahl der zur Menge gehörenden Elemente ist unendlich groß. In diesem Fall muss eine Abbildungsvorschrift verwendet werden, um die Funktion eindeutig zu definieren. Zum Beispiel betrachtet man eine Funktion f, die von der unendlichen Menge der reellen Zahlen auf dieselbe unendliche Menge abgebildet und dabei jedes beliebige Element der Menge quadriert. Man sagt, f von r nach r Die Abbildungs- beziehungsweise Zuordnungsvorschrift dazu könnte zum Beispiel lauten, dass x auf x zum Quadrat abgebildet wird. Die Funktionsgleichung würde somit lauten, f von x ist gleich x². Demnach müsste x ein Element aus r sein und ebenso x² ein Element aus r. Dies scheint ein recht einfaches Beispiel zu sein. Nun fragen wir uns, welche Eigenschaften diese Funktion hat. Ist sie zum Beispiel so reaktiv? Nein, diese Funktion ist nicht so reaktiv, da es beispielsweise keine reelle Zahl x gibt, deren Quadrat x² gleich dem Wert minus 1 ist. Das heißt, minus 1 wird von f nicht getroffen. Um dies herauszufinden, ist es hilfreich, die Gleichung etwas anders anzuschreiben. Für die Funktion f von x schreiben wir y, also f von x ist y ist x². Für alle x, die ja Elemente der Definitionsmenge sind, bekommen wir durch die Funktion f von x einen Zielwert y aus der Ziel- beziehungsweise Wertemenge. Lösen wir die Gleichung y ist x² nach x auf, so erhalten wir x ist die Wurzel aus y. Damit ist klar, dass alle Werte für y größer und mindestens gleich 0 sein müssen, aber nicht negativ, da das Wurzelziehen aus negativen Zahlen nicht definiert ist. Wir erinnern uns, eine Funktion ist nur dann subjektiv, wenn jedes Element der Wertemenge getroffen wird. Zur Menge der reellen Zahlen r gehören natürlich auch alle negativen ganzen Zahlen. Da aber ein Quadrat, egal welcher Zahl, nie negativ sein kann, bleiben alle negativen Zahlen der Werte beziehungsweise Zielmenge ohne Zuordnung. Betrachten wir nun eine leicht modifizierte Funktion. Nennen wir sie Funktion g. Die Funktion g bildet r nach r0 plus ab. r0 plus ist die Menge aller reellen Zahlen, die größer gleich 0 sind. Die Funktion g ist subjektiv, denn für jedes Element aus r0 plus existiert ein Element aus r, wie soeben dargestellt. Ist die Funktion g aber auch injektiv? Nein, wir erinnern uns. Eine Funktion ist injektiv, wenn jedes Element aus der Definitionsmenge einen individuellen Funktionswert aus der Zielmenge besitzt. Nehmen wir als Funktionswert zum Beispiel 4 an, also g von 4 ist gleich x Quadrat. Zur Lösung dieser Gleichung, also x Quadrat ist gleich 4, könnten wir nun die große oder kleine Lösungsformel einsetzen. In dem Fall ist es aber auch ohne die Formel leicht im Kopf lösbar. So wird das Element 2 durch die Abbildungsvorschrift x nach x Quadrat auf das Element 4 abgebildet, aber auch das Element von minus 2 wird durch die Abbildungsvorschrift auf das Element 4 abgebildet. Die Elemente 2 und minus 2 aus der Definitionsmenge haben somit den selben Funktionswert 4. Da g nicht injektiv ist, ist g folglich auch nicht bijektiv. Und was es noch alles zu Funktionen gibt, zeigt der nächste Clip. GERussa 4ig а 5 2 3 4ig 1 2 11 1 7 8 8 4ig 5 1